Die Online-Plattformen müssen natürlich in die Verantwortung genommen werden, weil sie verdienen einfach unheimlich viel Geld mit unserem Gut, was wir geschaffen haben, unserem geistigen Eigentum, nämlich der Musik. Ohne die Musik würden die überhaupt nicht leben können. Also das ist das Geschäftsmodell und dann denke ich, wäre es sehr fair, wenn sie uns da angemessen dafür vergüten.